Dass das Festhalten am alten Ritus eine Frage der Sentimentalität oder der Ästhetik ist, weist Bischof Vitus Huanda entschieden zurück. Er konzentriert sich vielmehr ganz auf den Bekenntnisgehalt. Der Ritus, so wie wir ihn haben, ist auch ein Glaubensbekenntnis. Und ein Glaubensbekenntnis kann man nicht einfach so weglegen. Was würde jemand sagen, wenn ich als Bischof verbieten würde, das apostolische Glaubensbekenntnis zu beten? Was würden mir diese Personen sagen? Sie würden mir sagen, was fällt ihnen ein? Das geht doch nicht. Wir dürfen nicht vergessen, dass der überlieferte Ritus auch ein Glaubensbekenntnis ist, vor allem, weil er dieses Alter und diese Reife hat. Man kann von den Menschen nicht verlangen, dass sie dieses Glaubensbekenntnis weglegen. Die Kirchengeschichte bezeugt, dass sich die Messe immer wieder als ein solches Glaubensbekenntnis erwiesen hat, vor allem durch die Handlungen derer, die diesen Glauben zu untergraben suchen. Die katholische Enzyklopädie ist in diesem Punkt ganz klar. Dass die Messe das zentrale Merkmal der katholischen Religion ist, bedarf kaum der Erwähnung. Während der Reformation und zu allen Zeiten war die Messe der Prüfstein. Das Wort der Reformatoren, Zitat, es ist die Messe, auf die es ankommt, Zitat Ende, traf voll und ganz zu. Die Aufständischen in Cornwall erhoben sich 1549 gegen die neue Religion und brachten ihr Anliegen in der Forderung zum Ausdruck, den Abendmahlsgottesdienst, des Gebetbuchs abzuschaffen und die alte Messe wieder einzuführen. Die anhaltende Verfolgung der Katholiken in England nahm in der Praxis die Form von Gesetzen an, die sich vor allem gegen das Abhalten der Messe richteten. Jahrhundertelang war der englische Thronfolger gezwungen, seinen Protestantismus zu bekunden, und zwar nicht durch eine allgemeine Leugnung des gesamten Systems der katholischen Lehre, sondern durch eine ausdrückliche Ablehnung der Lehre von der Transubstantiation und der Messe. So wie die Einheit mit Rom und das Band zwischen den Katholiken ist, so ist unsere gemeinsame Teilnahme an diesem ehrwürdigsten Ritus der Christenheit das Zeugnis und der Schutz dieses Bandes. Aus genau diesem Grund haben nur zwei Gruppen von Katholiken, oder besser gesagt ehemaligen Katholiken, die traditionelle Lex Orandi jemals infrage gestellt. Die Protestanten, die sie ablehnten, weil sie offen mit der Lex Credendi, die sie zum Ausdruck brachte, nicht übereinstimmten. Und die Modernisten, die glaubten, dass die Lex Credendi sich ständig selbst weiterentwickelt und weiterentwickeln muss und dass daher die Lex Orandi veränderbar und formbar sein muss, um mit ihr Schritt zu halten. Das lässt sich noch konkreter fassen. Sowohl Protestanten als auch Modernisten betrachten die nach konstantinische Geschichte der katholischen Kirche als eine fortschreitende Verfinsterung und einen Rückfall ins Heidentum. Eine Abweichung von der makellosen, einfachen, authentischen Frühlingszeit der frühen Christen, die sich in den Häusern trafen, um das Brot zu brechen, in Anführungsstrichen, und ihrer Erinnerung an den wundertätigen Zimmermann aus Nazareth, Jesus, nachzuhängen. Nach dieser Auffassung erreichte die Abweichung ihren Tiefpunkt im Mittelalter, das dann einen abergläubischen Kult auf die folgenden Jahrhunderte übertrug, die in der höfischen, klerikalistischen Verdummungsshow gipfelte, die als tridentinische Messe bezeichnet wird. Der Feueratem des Pfingstgeistes ließ dieses Paradigma dahinschmelzen und ersetzte es durch Gottesdienstformen, die mehr mit dem lebendigen Glauben der Christen übereinstimmen. Zuerst in der Reformation, dann viel später in der Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils und den weitreichenden Reformen, die es einleitete. Es gibt praktisch kein einziges Standardwerk über Liturgie aus der Zeit von etwa 1965 bis etwa 2005, in dem nicht eine Variante dieser Sichtweise zum Ausdruck kommt, mit einem unterschiedlichen Ausmaß an Spott für die Vergangenheit und einem unterschiedlichen Ausmaß an Zuversicht für eine glorreiche Zukunft des volkssprachlichen, zugänglichen, die Laien einbeziehenden Gottesdienstes. Es handelte sich einfach um die unhinterfragte Selbstkritik der Kirche durch ihre selbsternannten Experten. Man übertreibt nicht, wenn man sagt, dass die Liturgiereform unter Paul VI. auf einem protestantischen Verständnis von Kirchengeschichte und Liturgie beruhte. Diese Einstellung zu akzeptieren bedeutet mehr oder weniger eine Vision des Katholizismus als einer Geschichte des Obskurantismus, der Mystifizierung, des rituellen Klerikalismus und des systematischen Ausschlusses der Gläubigen, den Freiheiten des Evangeliums zu akzeptieren. Mit einem Wort, eine Geschichte der Korruption, die unmöglich eine Frucht des Heiligen Geistes sein kann. Diejenigen, die den traditionellen Gottesdienst unterstützen, sind dementsprechend Obskurantisten, Mystifizierer, Ritualisten, Klerikalisten und elitäre Pharisäer, die sich des Widerspruchs gegen den Heiligen Geist schuldig gemacht haben. Und ich fürchte, das ist genau der Standpunkt, der hinter dem Motto Proprio Tradition des Custodes und all jenen steht, die es unterstützen. Es ist ein zutiefst unkatholischer, ja, antikatholischer Standpunkt. Da die Liturgie wirklich die Quelle und der Höhepunkt des christlichen Lebens ist, die Heimat der göttlichen Offenbarung und das wichtigste Mittel für unsere Verwandlung in Christus, so folgt daraus, dass die Abschaffung oder das Verbot des ehrwürdigsten römischen Ritus, der jahrhundertelang demütig empfangen, dankbar geliebt und überschwänglich gelobt wurde, der infamste und schädlichste Angriff auf das Gemeinwohl ist, der möglich und vorstellbar ist. Wenn dies nicht die Art von Gut ist, das die Autorität der Kirche schützen soll, dann muss man sich wohl fragen, welche Güter überhaupt in Frage kämen. Eine Erklärung der Pius-Bruderschaft stellt dies richtig dar. Die traditionelle Messe ist wesentlicher Bestandteil des Gemeinwohls der Kirche. Sie einzuschränken, sie in Ghettos zu verbannen und schließlich ihr Verschwinden zu planen, ist illegitim. Ein solches Gesetz kann kein Gesetz der Kirche sein, weil es, wie der heilige Thomas sagt, kein gültiges Gesetz gegen das Gemeinwohl gibt. Das ist eine Erklärung der Kirche.